ich schreibe gar nicht alles gut ich gehe eben bloßen und vier türe holen ich verstehe was verstehst du na ja hast du wieder nicht mitbekommen was denn du hast gerade wieder das andere gesagt was habe ich gesagt habe ich wirklich akzeptiere es einfach ist sein spitzname ich weiß nicht warum vielleicht einfach wegen sanitäter los die muss niemals draußen warten vor den shops in deiner stadt ist mit den städtchen 100 kilo sushi an einem tag bleibt in shape wie ein football models fragen sie nach rad sie kreischen wollen die uns beide sehen wollen wir nicht schon mal einfangen rein zu gehen und ab drinnen anfangen okay das ist eine idee und dort die wir können okay da geht doch schnell ich weiß dass nachher und das nur weil weil von von einer person Juna, ich rede komplett durch, ne? Sie hat recht gehabt, bei ihr fällt es mit dummheit an. Die Hupen-Möpsen! Ich möpste auch keine Hupen! Ich will auch Hupen-Möpschen haben. Der Reza möchte Hupen-Möpsen auch haben. Da müsste Frank, wo man die herbekommen, ich hab keine Ahnung. Das ist Impro-Vasiation. Impro was? Ja, so nennt man das. Impro was? Ich komm nicht mehr. Ich komm nicht mehr. Impro...ja komm, lass dich jetzt. Na komm, wirst du's nochmal. Nice. Na komm. Ich muss improvisieren. Ja, Impro-Vasiation. War ein sehr schönes Wort. Impro-Visation. Geht doch. Impro-Vasiation find ich aber auch gut. Vor allem mir selbst, wie ich's gesagt hab. Ja, aber volle! Ja, wieder eilig, will ich sagen. Sag mal, Rubi! Wir gehen, da helfen mir die Bulli an! Oh, Gottes Willen! Haben die grad Hilfe gesagt? Ich wollte mal drüber ziehen! Oh, das hätte fast mal los sein können! Für mich nackt. Ich hab mein stückes Kuchen auf sie noch an. Hä? Es ist zu spät. Kann das Ding vom Wasser nass werden? Ähm. Ich mein, kann das vom Wasser kaputt werden? Kann sein. Ja, kann das Steleskop vom Wasser nass werden? Das wollte ich schon immer wissen! Leon, die werden Sachen vom Wasser nass? Nee. Okay. Ja, 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 ja! Ich dachte, du und ich wissen was Besonderes! Ja, ist es, aber du bist jetzt noch hier! Ich dachte, du guckst mich am liebsten an! Ja, doch, aber du weißt doch! Ich warte nur bis... Ich warte doch... Ich warte doch... Ja, nee, nicht verlassen! Ich warte, bis er stirbt! Ach, du wartest, bis er stirbt? Scheiße! Hör mal, ich hab auch nicht mehr so lange! Ich werd jetzt in zwei Wochen 49! Ich mag halt alte Männer, weißt du doch! Ja, aber ich will ja auch noch Kinder machen! Ja, ich sag jetzt kurz Bescheid! Ihr könnt da hinten in die Ecke gehen, dann nehmen wir die Ecke da hinten! Tut jemand vorne in dich reinfahren, als hinten rein! Das ist immer ganz willfährlich! Immer auf die Patienten achten! Aber das will sie dann lieber vorn rein, statt hinten rein! Theresa! Damit können wir dann später weiter reden, Clemon! MAU! MAU! Und die Sobertal ist auch total falsch! Ja, voll doof gelaufen! Aber wo sind denn meine OP-Sachen? Hm... Da muss ich erst mal gucken! Die sind im Kühlschrank, ist das Bier auch immer ganz... Wo waren die denn nur? Was? Hm... Seltsam! Wui! Hm... Irgendwo hier waren... Ach, ich hab sie gefunden! Na endlich! Oh, da krieg ich schon ein bisschen Kreislauf! Du wirst eine fantastische Mutter abgeben! Verdammt! Fasst er dich etwa an? Nein! Dem brechen wir alle noch das Herz! Aber... Ist ja nur der... Ist ja nur der Klemmer! Komm her! Naja... Geh... Geh zum... Räuber Hotzeplatz! Hotzeplatz! Ich wollte dich kurz aufziehen! Wir reden gleich, okay? Ja... Hotzeplatz! Ist auch gut! Wir reden! Wir reden! Wir reden! Wir reden! Vielen, vielen Dank! Wir haben sie lite Vai! Hilf, wenn es nur gehört! With his words He'll let me softly With his song Äh, ich liebe ihn Aha Ne, du machst ihn zu K-11-Hund Ich sag's dir K-9-Hund K-11 ist auch geil Ja, der soll kein K-11-Hund werden K-11 vermittelt, was? Ja, genau, K-11 vermittelt Ich hasse es echt Okay, bis gleich Na die Fieb Unsere Tür Dankeschön Dankeschön Und K-11-Hund und K-11 vorsichtig Ach ne K-11 Snow, hierbleiben Snow Nein, nicht spielen Oh, wie sie hochgeschritten ist Ja, war mega Das sah mega gut aus Unterreter, was sagst du dem Weg? Welcher Weg? Nee, wir laufen Achso, ich bin ehrlich Es kam uns kein Wildtier entgegen Wir wurden nicht umgefahren Mann, ihr könnt mich mal Ich bin Lost, okay? Mein Name ist Theresa und ich bin Lost Aber steig trotzdem aus, ich will dich einmal im Arm nehmen Los, komm her Ich weiß nicht, wo ich sitze Ich will dich in den Arm nehmen und du sie aufraben Tschüss, Freunde Der hat noch was vom Kofferraum vergessen Ich glaube auch Und hast es gefunden im Kofferraum Er wollte die Blumen mit schenken Wolltest du mir noch ein Geschenk machen? Helfen Und dann aber Hallo Ich habe am 11.4. Geburtstag Ich habe keine Ahnung, welches fucking Datum Bei 70, 65 Ein Taxi Ich habe 96 Für eine Person Bin ich 96 genommen? Okay, bin unterwegs Ich habe 46 genommen Bitte schön Du wolltest bestimmt schon mal mein Pesma ausbeißen, oder? Natürlich Fuck, 97? Mensch, so jung bist du Hi Warte, warte Habt ihr jetzt genug geballert hier? Dann gehst du hin und dann machst du so Das passt sehr gut, hi FENNt Bist du betrunken? Nein Ich habe ja kein Öer gemacht Vielleicht hab ich heute extrem gute Laune Und Sie manche Sachen greift Oh? Häh? Mach mir das Karate? Später Heiho. Gesundheit. Ich kann nur eine Form von Karate. Die wäre? Amazutra. Ich bin erschrocken. Ja, das ist die beste Art von Karate. Was ist, ähm... Was redest du da? Sehr wild. Ich kann doch gar nicht aussehen, Koreaner. Hey. Oh, so ein bisschen Kim Jong-un habe ich bestimmt drin. Kim Jong-un was? Kim Jong-un. Achso. Du meinst diesen Koreaner. Ja, den Mops. Den Mops. Ja, hast du dich mal angeguckt? Ja. Irgendwie würde ich einfach gerne in die Bank kneifen. Hey. Oh, du hast ja ein kleines Atom. Ja. Hey. Gelegen dich mal dazu neigt, einfach auszulaufen. Hey. Ja. Das passt nicht einmal mit Muschis. Ja, das ist schon echt, äh, interessant. Man kann förmlich sehen, wo du lang gelaufen bist. Hey. Bist du dir sicher, dass das Wasser war auf der Toilette? Ja, ich habe mich da nicht hingesetzt. Wirklich? Wirklich? Ja. Das geht voll in die Hose. Ja. Wait. Ach so. Mittag. Mir geht's gut. Auf dem heilige Spiegel он beige. Was � startet? Ich werde uns so vermissen. Du wirst alles vermissen.